Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Wir haben gerade 2.10 Uhr und ja, heute wird wahrscheinlich auch nur dieses Video kommen, weil wie gesagt hier einfach sehr sehr viele, wow was war das denn für ein Schwung, sehr sehr viele Sachen gerade bei mir halt echt anstehen. Ist ein bisschen blöd, aber dafür wird es wahrscheinlich in der kommenden Woche wieder richtig richtig losgehen mit mehr Tutorials, mit mehr von allem. Ein Stream gibt es ja heute leider auch nicht, dafür morgen wieder, aber was machen wir jetzt genau? Wir wollten nach dem Schatz buddeln, wir hatten einen Haufen Schaufeln gemacht, dann gehen wir jetzt erstmal nach dem Schätzelein buddeln. Wer muss nicht immer seine Schätzeleins ausbuddeln? Klingt irgendwie so ein bisschen, ja. Okay, gut, egal. Ne, im Moment ist halt wirklich einfach unheimlich viel angesagt bei mir. Natürlich nicht nur Schönes, wie die meisten wissen, mit der Beerdigung morgens natürlich nichts Schönes, aber gut. Man kann nicht alles haben und dazu kommen dann auch noch Probleme mit seitens YouTube und Netzwerk, dann gibt es noch andere Sachen, die geklärt werden müssen. Ich muss öfters aufs Gericht fahren und so weiter und das nimmt halt alle so viel Anspruch, der Zeit in Anspruch momentan und muss halt geregelt werden. Da komme ich nicht drum herum, deswegen, ja, echt blöd. Aber gut, wollen wir uns nicht von so blöden, traurigen Themen aufhalten lassen. Wir gehen jetzt nach dem Schatz buddeln. Ein Schatz ist immer was Schönes. Ich weiß, das macht keinen Spaß, weil wir werden jetzt wieder eine halbe Ewigkeit hier rumbuddeln. Und, äh, ja, ja, yay, spannend. Wuhu, aber vielleicht ist ja in dem Schatz mal was drin, was wir gebrauchen können und nicht nur, ja, nicht nur irgendwie so ein random Gedönsel, wie sonst auch immer. Aber wir sind ja schlauer geworden, wir wissen ja jetzt, dass wir nicht unter den Sandsteinen müssen. So, und wir buddeln erstmal nur bis hierhin. Warte mal, gerade gerade gucken. Ja, also, wir lassen hier erstmal kein Wasser rein. Wir buddeln einfach mal alles weg. Ich weiß, man kann eine Fackel unten drunter stellen und dann ist alles gleich weg. Aber, wenn man da das Timing mal nicht trifft, dann wäre man mit der Schaufel schon schneller gewesen und solche Sachen. Deswegen ist das so ein bisschen, hm, kann man machen. Muss man aber nicht. So, was ist hier irgendwas? Nein, auch nicht. Gut. Dann werden wir jetzt erstmal hier den ganzen Sand abtragen. Wir können ja sowieso Sand gebrauchen. Können wir uns vielleicht einen künstlichen Strand aufschütten oder so. Keine Ahnung. Muss man mal gucken. Ähm, Moment. Ah, das Mikro hier so ein bisschen. Ah, ich glaube, so hängt das besser, ne? Ich habe gerade gesehen, dass der Ausschlag irgendwie nicht so geil war. Aber, hey, jetzt wird Sand geprügelt. Das ist das Spannendste von der Welt. So. Hm, die ist vielleicht noch weg. Nee, hier ist noch Sand. Nee. Ach, ja, das kann echt wieder heiter werden. Keine Ahnung. Also, das ist mit den Schätzen immer so ein bisschen... Bisschen... Ja, ja. Ja, ich sag mal, wenn in den Schätzen wirklich noch so Sachen drinne wären, die man überhaupt nicht erwarten würde, dann wäre das mega gut. Aber, gucken, was wir jetzt hier schon ausgebuddelt haben, ne? Also, wir haben hier echt schon gut gebuddelt. Und irgendwie... Nix in Sicht. Och, Mann. Ich will jetzt eine Schatztruhe. Also, unterm Sandstein oder so ist die nicht. Die ist nur im Sand. Dann müssen wir eigentlich mal gucken, dass wir hier vielleicht... ...was finden. Hm. Sieht schlecht aus. Die erste Schaufel haben wir gleich schon Fritte. Aber gut, dass wir uns ein paar gemacht haben. Jetzt sind wir nämlich in der ganzen Ecke schneller. Aber warte, die ist ja noch gar nicht Fritte. Jetzt ist die Fritte. Okay. Gut, hier ist nochmal Kies. Aber ich glaube, dass... Ich glaube, der Kies hier, der sagt nix aus. Also, ich glaube nicht, dass dahinter irgendwas ist. Weil das wäre echt schon fies. Da muss ich ja trotzdem wieder Sandstein weghauen. Verstehst du? So, das Problem ist, wenn ich jetzt hier reinklöppel, dann kommt Wasser. Und das will ich nicht. Ich habe Bock auf das Wasser. Weil dann wird das Abbauen wieder echt eine Qual. Ach, nö. Ne, ist so ein bisschen kurios im Moment, das Jahr, ne? Dafür habe ich, ähm... Ich bin ja am Donnerstag auf der Gamescom. Und habe so ein paar Termine auf der Gamescom. Da bin ich ja mal richtig gespannt. Weil das ist für mich ja auch wieder mega neu. Okay, äh, filmen darf ich das leider nicht. Weil die Gamescom mir kein Presse-Ticket gegeben hat. Aber das hatte ich ja schon mal erzählt, glaube ich. Sonst würde ich ja noch so einen Vlog davon machen. Aber, naja. Ich sage ja, das Jahr ist kurios. Nichts funktioniert so, wie es soll. Und alles macht nur Ärger. Das ist nicht immer so im Leben. Ich meine, das Leben wäre langweilig, wenn alles auf Anhieb klappen würde. Aber muss es denn immer alles auf einmal sein? Es ist ja immer so, dass irgendwie sechs, sieben Monate geht alles gut. Und dann, bäm, alles auf einmal. Alles kaputt, alles Käse. Alles macht nur Ärger und stresst und weiß ich nicht. Es ist immer so, oder? Ich meine, und vor allem ist das immer entweder am Ende des Jahres. Oder in der Mitte des Jahres. Immer. Noch nie anders gewesen bei mir. Flup, 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 flup. Flup, 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 flup. So, ich hier. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Das ist so irgendwie immer so, wenn das schief läuft, dann gleich alles auf einmal. Furchtbar. Furchtbar. Das macht es immer mega nervig und anstrengend. Aber hier ist auch, ich glaube, wir müssen in Richtung Wasser buddeln. Weil das wird langsam hier... Äh, ja. Siehst du, genau das wollte ich halt eben nicht, weil das ist mega blöd. Na ja, gut. Dann buddeln wir mal Richtung Wasser. Hm. War jetzt nicht so schlau, gleich so ein großes Stück kaputt zu machen, aber... Aber hey, wir suchen ja nur eine Schatztruhe. Unter dem Meer. Unter dem Meer. Ah, ja, ja. Hm. Äh, hier muss doch irgendwo was sein. Moment, wir haben eine Schatzkarte. Wir haben eine Schatzkarte. Und die Schatzkarte sagt, irgendwo hier muss ein Schatz sein. Aber der Schatz war noch nie unter dem Sandstein. Noch nie. Warum soll der das jetzt sein? Ach man. Das mit dem... Weißt du, alle schreien mal... Lars, buddelschätze aus, buddelschätze aus. Jetzt mach ich's und ich wette, man wird nicht zufrieden sein. Lars, voll langweilig und so. Die ganze Folge nur Sand abbauen. Ja, aber was soll ich denn machen? Wie soll ich denn sonst an den Schatz rankommen? So. Vielleicht hier hinten. Man weiß es ja nicht. Sand, Sand, Sand. Ganz viel Sand. Ich dachte gerade, ich hätte eine Truhe gesehen. Oh mein Gott, ich hab mich schon gefreut. Oh. Das ist ja fies. Wirst du von so einer Schatzkarte geprankt? Geprankt. Prank-Videos sind ja überhaupt nicht mein Bier, ne? Also so ganz und gar nicht. Ich find das mega langweilig. Weil das sind so... Das ist mal so Schadenfreude. Gegenüber denen, der leider gerade das Vollgesick bekommen, weißt du? So. Und das ist mal so ein bisschen... Mal so ein bisschen schade irgendwie. Da gibt's, da gibt's schöneren Content, den man sich angucken kann. Aber gut, vielleicht ist das auch einfach Geschmackssache. Ich hab ja auch einen großen Bruder, ne? Der hat uns auch früher oft, sehr, sehr, sehr oft in die Pfanne gehauen. Aber es ist immer was anderes, wenn man live dabei ist oder so und beteiligt ist. Ich mein, für den, der in die Pfanne gehauen wird, ist immer blöd. Klar, keine Frage. Nur... Naja. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, ne? So Prank-Videos halt immer so auf Belüstigung des Elends anderer. Und das mag ich halt nicht, weil... Dann gucke ich mir doch lieber was Fröhliches an, als mir anzugucken, wie jemand etwas Unschönes erleidet. Ja. Das ist doch gut. Das ist gut. Das klingt gut. Kann man so sagen. Und hier ist wirklich nur irgendwo eine Schatztruhe. Varte sagt irgendwo hier. Ich glaube, wir müssen hier noch Dings... So. Hier vielleicht irgendwo. Da. Tada. Wir haben sie gefunden. In nicht mal 10 Minuten. Das ist Rekord. Yeah. Ein Diamant. Das ist echt gut. Ein Diamant. Schon mal gut, ne? Und ein Trank der Wasseratmung. Ach, wie geil. Ach, warte. Ich muss erst mal auftauchen, ne? Ach, wie geil. Ein Trank der Wasseratmung. Den können wir auch gebrauchen. Aber der geht nur 3 Minuten, ne? Den müssen wir, glaube ich, mit... Äh... Mit Glowstone-Staub müssen wir den noch zusammenbatschen. Dann kriegen wir den auf 8 Minuten, ne? Dann könnten wir nämlich runtergehen in die Dingens. Herz, das Meere, so. Mehr brauchen wir nicht. Dann könnten wir runtergehen in den Wassertempel. Ah, wie gut. Wie gut ist das denn? Yeah. Da hat sich der Schatz doch mal gelohnt. Also, die... Das Buddeln war definitiv sinnvoll. Juhu. Ein Trank der Wasseratmung. Ja, aber war mit Glowstone-Staub, glaube ich, ne? Mit Glowstone-Staub? Glaub mir, Glowstone-Staub war das. Und nicht mit... Äh... Oder... Oder? Ich muss noch... Ich muss noch mal ins Wiki gucken. Ich weiß es nicht. Ich habe, ehrlich gesagt, auch noch nie Tränke gebraucht. Noch nie. Also, das ist auch für mich Neuland. So wie für manche andere das Internet ist, das ist für mich Neuland. Aber... Egal. Wir können uns ja informieren. Wir haben ja das Internet, ne? Oder die Kommentare. Ich habe nichts gesagt. So. Sehr cool. Dann haben wir nochmal einen Akquisator. Ja, gut. Wir müssen überhaupt erstmal für den Akquisator Schalen finden. Wir haben ja gerade mal fünf. Wow. Und einen Haufen Sand. Den können wir vielleicht mal irgendwo... Habe ich irgendwo hier schon, ne? Oder? Hat sich nicht irgendwo schon Sand gebunkert? Äh... Geh weg. Danke. Ja, hier. Siehst du? Wurstig's doch. Äh... Ne. Nur Sand. Sand reicht erstmal. Mehr brauchen wir gar nicht ausmisten gerade. Aber noch einen Diamanten. Juhu. Sehr cool. Haben wir vorne wieder vier Diamanten, ne? Glaube ich. Vier. Drei. Vier. Ja. Wow. Das ist ja Ammerzing. Äh. Das zu reparieren? Nö. Nö. Aber wir können mal gerade Kühe schlachten und gucken, ob wir... Also erstmal machen wir Babys, ne? Erstmal Babys machen und dann Kühe schlachten. Oh, wir brauchen ein bisschen mehr Weizen. Und dann Kühe schlachten, damit wir auch gleich schon wieder den Nachwuchs parat haben. Ist hier noch Weizen drin, ne? Nein. Wie baut man überhaupt einen Braustand? Das würde mich mal gerade interessieren. Äh... Wo ist der denn? Äh... Ich könnte das auch eintippen, glaube ich, ne? Wäre vielleicht schlauer. Warte, die sind hier... Nee. Ja. Braustand. Ach, da braucht man eine Lohnroute, ne? Da müssen wir in... Den... Nita. Genau. Die Lohnroute habe ich nämlich noch gar nicht. Dafür muss ich diese... Diese... Feuermonster killen, ne? Oh. Okay. Egal. Juhu. Rote Beete. Die wächst schon. Haben wir noch Samen? Ja. Schon gerade wieder hier rausgekriegt. Und Lars freut sich so. Yeah. Voll vorbereitet. Samen und so im Inventar. Ich habe die eben bei der Truhe weggeschmissen. Und jetzt so tun, als ob. Immer dasselbe mit dem Jungen. Ist alle genug gegessen? Ich habe gelesen, wenn ich die mit der Axt töte, soll ich mehr Leder kriege. Wow. Oh. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Und ich habe keine Blöcke zum Baum. Dieser beknackte Creeper. Oh. Warte, 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 warte. Schnell, 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 schnell. Bevor die Kühe abhauen. Ähm. Habe ich noch Zaun? Ne, komm. Hier, nimm einfach Blöcke. Fertig. Einfach. Einfach Blöcke Rhinos. Kommt her. Hier, kommt. Kommt, 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 kommt. Kommt, kommt, alle hier geblieben. Alle hier geblieben. Hallo, was ist mit dir? Kein Hunger? Kommt. Alle wieder hier rein. Alle. Ja, komm. Hallo. Was ist mit dir kaputt? Hm. 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 Ich rate dir, wieder reinzukommen. Puh. Ah, jetzt haben wir aber kein Zauntor, ne? Jetzt komme ich hier nur schlecht raus, warte. Doch. Okay, das wird ein andermal gepflegt. Da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Wir haben zwar noch Zauntore, aber... Warte mal. Guck mir mal ein Zauntor. Die Kühe waren echt schon wieder weit weg, ne? Sie waren richtig schnell unterwegs. Ich habe den Creeper überhaupt nicht gesehen. Nein. Nein. Ja. Danke. So. Wie viel Leder haben wir? Fünf. Das heißt, wir können wieder fünf Bücher machen, können vielleicht auch ein bisschen verzaubern. Ja, müssen wir mal gucken. Wir hatten doch noch ein Buch, der... Was war das? Kapune und Kraft. Nein, wir hatten noch ein anderes Buch. Hatten wir es hier jetzt? Ne, unten. Wir hatten ja extra... Ah, wir hatten ja schon eine Kiste gemacht. Aha. Aber erst brauchen wir Bücher. Oh. Mann, Lars. Immer das selbe mit dir. Ich habe Papier, ich habe Leder. Das müsste doch reichen für ein Buch. Hier. Zack. Fünf Bücher. Ach. Ach, Lapis. Ja. Das brauchen wir ja auch noch. Äh, da. Da, da, da. Da. Ne, das Lager müssen wir echt irgendwo unter die Erde knallen oder so. Oder weiß ich nicht. Vielleicht so ein Unterwasser Lager machen, dass man das einfach besser... Dass man im Lager auch noch so rausgucken kann oder so. Boah, Glück wäre auch geil, ne? Glück auf die Spitzhacke wäre auch richtig geil. Aber Level 19, Alter. Uiuiui. Wasseraffinität 1. Ja, wir haben ja... Nee. Die kann ich nicht nur. Aber hier, was haben wir da dann? Effizienz 1, Effizienz 2, Effizienz 2. Aber das ändert ja nichts am Buch. Wir müssen ja Bücher immer... Oh Gott. Yay. Wasseraffinität 1. Juhu. Was haben wir jetzt? Schutz 1, Feuerschutz 1, Feuerschutz 2. Ähm. Ja, Schutz 1 können wir mal nehmen, komm. Das nehmen wir auch mal. Kraft 1, Schutz 1, Atmung 1. Atmung? Was ist denn, Atmung? Das, was ich denke, Atmen? Damit es Schutz 1, pass auf, wir machen nochmal Schutz 1. So, können wir das nochmal schön zusammenknallen. Plünderung, Rückschuss, Peinigung. Ich glaube, das brauchen wir alles nicht. Äh. Was auch immer Peinigung ist. Ich habe keine Ahnung. Äh. Ja, egal. Wasseraffinität, Rückschluss, Schärfe 2. Äh. Einigung 1, Harpune 1. Haben wir noch andere Sachen drauf? Hm. Haben wir nur hier zweimal Schutz 1. Können wir doch mal... Nee, das können wir doch dann... Können wir das hier zusammen klatschen? Nee. Dann hier, ne? Schutz 2. Yeah. Und jetzt können wir hingehen und können sagen, äh, wir nehmen mal das hier. Machen so. Und so. Und tadaa. Haben wir eine Schutz 2. Das ist doch schon mal schön. Ähm. So. Sehr gut. Gefällt mir echt sehr gut. Der Eisenhelm, den könnten wir natürlich noch ersetzen, aber... Müssen wir das, weiß ich nicht. So, auf jeden Fall brauchen wir wieder Erfahrungspunkte und wir brauchen eben mal noch 3 Nautilus-Schalen. Ist hier unten gerade rein zufällig einer? Hm. Nö. Okay, dann würde ich sagen, wir machen für heute mit dieser Folge Schluss und sehen uns dann wieder morgen. Und, äh, von meiner Seite heißt es nur vielen lieben Dank fürs Dabeigewiesensein, fürs Zusehen und tschü. Mit ü. J esqu惇. Äh. Und?